Einmal für dich René jetzt auch. Mit A ist springen. Ja. B ist ein Item einsetzen. Das musst du aber das einsammeln. Ja. X ist Sliden, dass du so am Boden slidest, weil manchmal gibt es Hindernisse, die in der Höhe sind und kannst du so unter drunter sliden. Und Y ist so ein Haken nach oben werfen, weil manchmal gibt es oben so eine Decke, an der du festhaken kannst und rumschwingen kannst. Du brauchst wirklich alle Knöpfe. A ist springen, B ist Item einsetzen, X ist Sliden, Y ist den Haken werfen. Genau. Also es wird sowieso jetzt ein paar Runden brauchen, glaube ich, bis wir da alle mal sind. Aber es ist ganz witzig. Okay, jetzt nochmal, um es zu sagen. Also ich bin der schwarze Charakter, René ist der rosane Charakter. Du kannst nichts auswählen, das ist nicht freigespielt alles. Aber du musst einfach auf fertig gehen. Okay, René ist der rosane, ich bin der schwarze, Björn ist der... Ich bin Cosmonaut Comrade. Und der rote. Und du bist der Orangene dann. Ja, das ist ein bisschen doof, dass die so aussehen, ne? Ja. Hothead, was auch noch mal. Tiki. Okay, bereit. Tiki, klar. Spiel mir erstmal einmal. Also es geht halt wirklich, ihr müsst einfach nur wie irre laufen. Wir nehmen erstmal die erste Map hier auch, ganz normal, ne? Ja, ja. Okay, da müsst ihr alle einmal A drücken, sonst geht's nicht weiter. So. Ja, gucken wir mal. So, auf der dritte Stelle, okay. Ach, ich trottle einen falschen Verkauf. Ja, aber auch. Ey, bei mir ist X jetzt Sliden, und den Haken schießen ist Y bei mir. Das war gerade in dem Tutorial, was wir kurz gemacht haben, andersrum. Ja. Egal, okay, werde ich mich dran gewöhnen. So, ich bin jetzt ausgeschienen, weil ich zu langsam war. Ja. Ja, genau. So, ich weiß nicht, was wir los sind. Nein! Sauber. Sehr gut gemacht. Ach, jetzt wollte ich auf dem falschen Knopf Sliden, ey. Scheiße. Ich kann mich irgendwie schwer dran gewöhnen, dass X Sliden ist. Gerade bei mir. Ich finde das nicht organisch. Ah! Bin weg. Ach, ich hätte was zum Nachhinten werfen, wenn ich das mal gewusst hätte, ey. Fuck. Oh, scheiße. Fuck. Nein! Zu früh! Ja, ich auch. Bin hier hinterhergesprungen. Nein! Boah, ist das spannend. Ich nehme auch alles nach. Ja, jetzt bin ich alles verliert, glaube ich jetzt. Ah! Nein! Ah, ich bin so dumm. Nein! Ich bin so doof. Nein! Scheiße, ich war die Wand! Das war's jetzt. Achtung, ich bin unter. Nein, fuck, ey. So, Herbert, gleich auf. Die ganze Zeit. Das sind doch auch... Ich lasse Kittel. Nein! Oh, was ist das denn? Es gibt doch noch die Möglichkeit, dass man noch so einen Boost machen kann. Wie geht das denn nochmal? Oh, weiß ich nicht. Es geht einfach sofort wieder weiter. Ja. Äh, R2 habe ich, glaube ich, gedrückt jetzt. Okay. Nein! Wie geht denn das? Ah. Ja, R2 ist der Boost. Ich bin irgendwie zu lahmarschig. Ich komme nicht drauf klar, dass X Sliden ist. Komm ich wirklich nicht drauf klar. Bei mir ist es auf Y Sliden. Ja, bei mir auch. Ja, auf Y. Oben. Ja, ich habe... Bei mir ist der Haken auf Y. Genau. Und du hast mein Pad, was ich gerade hatte. Und in meinem Tutorial war der Haken auf Y, weil ich den da lieber hätte. Tatsächlich. Ich habe mein Pad mal hier mal umgestellt und du hast jetzt mein Pad. Ich kann es mir nicht merken. Ich drücke immer die falsche Taste zum Sliden. Wirklich immer. Nein. Ich nehme auch wirklich jeden Scheiß da mit wieder. Nein, es ist noch wieder, ey! Ich bin doch... Mann! Nein! Lauf doch! Ja! Das wird schon langsam echt klein, ey. Boah, Alter! Nein, ich dachte, man muss es leiden. Nein! Nein! Boah, ich habe keinen Boost mehr. Scheiße, ey. Wo ist denn ein Boost? R2. Haben wir gerade einfach kurz gesagt. So, ich bin Kopf an Kopf dann hier. Ach, ich habe gehofft, dass ich was nach hinten werfe, ey. Boah, sauber! Boah, das geht sofort wieder weiter, ne? Ich glaube, bis einer drei Stück hat, dann ist es vorbei. Toll, ey. Boah, Alter! Boah, Alter! Ah, jetzt habt ihr noch keine gebrochen, nur ein Schweinchen. Pfannen! Meine Güte! Ey! Nee! Oh, weg. Hella, ey! Bitte. Ich nehme auch immer noch einen von diesen Dinger mit, das ist echt nervig. Was? 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 Och Mann! Scheiße! Ach, Scheiße! Nein! Verdammt! Ich kann es mir einfach nicht merken, ey! Ich kann es mir einfach nicht merken! Ah! Scheiße! Ach Mann! Warum hast du denn so sauber halten? Haken, ey! 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 Die Aufnahme von dem Spiel sollen wir die speichern! Was stand da gerade? Aufnahmespiel speichern! Wollt ihr noch ein Level machen? Oder? Haken, ey! Probier es nochmal! Okay! Nehmen wir einfach das nächste! Das Rote hier! Haken, ey! Mann, ey! Das ist nur ein Slime! Okay! Das war ein Slime, Mann! Ich habe es schon wieder falsch gemacht! Das ist unfassbar! Ich vertummide damit jedes Mal! Jetzt habe ich nicht mal einen Gunni genommen! Ich bin so dumm, ey! Ach, Mann! Scheiße! Da hängen, ey! Und jetzt seid ihr alle hängen! Das ist riesig, ey! Hallo! Hallo! Ich verstehe aber auch nicht, wie man den Greifhaken benutzt! Ich schieße den, aber der bleibt nirgendwo hängen! Es gibt nur bestimmte Decken, wo die weißen sind! Da geht das von! Da wo diese weißen Markierungen sind! Ja, rüber! Ich traue, ey! Ja, das war es dann! Noch nicht! Noch lange nicht! Scheiße! Ja! Das ist nicht! Das ist nicht! Ich habe gerade noch den X gedrückt, aber hat nicht mehr gereicht! Hat nichts mehr gereicht! Kostet mal noch, Comrade! Mann! Ich drücke immer die falsche Taste zum Sliden! Ey, wirklich, wirklich jedes Mal! Ich drücke immer die falsche Taste dazu! Immer! Durchweg! Ich kann mir das einfach nicht merken, dass Sliden auf X ist! Das ist für mich absolut unnatürlich! Ich bin immer zu doof zum Springen, ey! Ich bin immer zu doof zum Springen, ey! Mein Drivehaken! Kannst ja auch vor mich rennen! Ahaha! Lustig, ey! Ich habe es mir endlich mal gemerkt! Oh ja! Ja! Das ist's groß!" Das ist links hoch! Und wo ist es noch geil? auch wann ist es so doof johannes beide auch haar genau da rein gerannt das richtige dumme ich habe doch weh gedrückt schön einmal johann dranbleiben der nämlich schon wieder den buchst eingesetzt hat ich stolper immer über diese dreckige kiste jedes mal voll synchron nein nein ach scheiße Ja, jetzt habe ich verloren sowas. Na ja, man muss da... Ja, haben wir ja hier ein... Was hat's ja hin? Lukas hatte von Beginn an ein Gimmick, kann das sein? Ja. Alter. Ah, jetzt bin ich ein Zweiten. Mann! Alter, wer kommt denn da angerannt? Der Loopman, ey. Scheiße! Das waren aber beide dumm. Mann! Nein, scheiße! Ah, scheiße! Ah, ich wollte gerade springen, du Arsch, ey! Ah, das schaffe ich nie mehr. Da ist ja jetzt mein Weg dabei. Ach, ja, ja. Sehr gut. Ah! Ah! Boah, das ist eine enge Runde hier, ey. Scheiße! Zum ersten Mal kann ich ein bisschen mithalten hier. Heiße, ich bin zufrieden. Ich habe zu früh geslidet. Du Arsch! Du Arsch! Du Assi! Ah, ich bin raus. Okay. Ah! Und? Ah! Da bin ich wieder! Nein! Oh! Ah! Alter Schwede! Das ist spannend. Oh, Lukas! Ah! Ich habe es verkackt. Ja, noch nicht ganz. Sehr gut, ey. Sehr gut, ey. Oh nein! Das ist so ein bisschen stressig. Das ist so ein bisschen stressig. Das ist aber so viel weitergeht, ne? Ich habe echt kein Gudi gekriegt. Ne. Boah, ich bin, ey. Ja, egal. Ich hätte nicht nach dem Gudi springen sollen. Wer hat mich denn hier in Eis verwandelt? Ich weiß nicht. Schwein. Das. War nicht so ein bisschen. Etwas, ja. Nee. Meins ist es nicht. Nein. Ah, ausgerechnet die scheiß Rakete kriegt er dann, ey. Ah, damit pölzt du mich auch wirklich raus. Hast mich richtig mit rausgeschossen, komplett. Ah! Ich habe es nicht geschafft. Ah, noch. Noch bist du drin. Nein, ey! Lukas, sauber. Zu früh gesprungen. Oh, diese Stelle hier. Ja, die macht nicht. Dann darfst du den Boost erst unten ein. Ach, bitte. Weil sonst... ... brauchst du den in der Luft weg. Das war's. Ach. Das war's. Ach. Das ist mega anstrengend. Das ist echt anstrengend. Ich habe eine Pumpe hier gerade, ey. Alter. Ja, sie ist. Ja, sie ist! Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach,uck, das ist. Ach, Scheiße. Ach, ich spinge auch noch über den Boost rüber, ey. nein was mache ich da was ist das überhaupt für ein gibbing was ich jetzt gekriegt habe was um himmels willen war das denn jetzt gerade das war lukas ja aber was um himmels willen wer hat es denn geschafft nein auch jetzt war es ich bin tot ich bin tot ich wollte gerade sagen so langsam könnten wir doch mal den jörn hier raus gehen auch ey scheiße ist er voll weit schon vorne ja warte mal ab zu früh nein 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 wann heiße voll mega gleich nein nein ich dachte ich hätte noch ein gimmick das sieht mir so aus als ob ich da noch ein gegenstand hätte scheiße das geht nach vorne ja ich dachte es wäre was zum nach vorne wegschießen okay durch jetzt muss noch Untertitelung. BR 2018